Hallo, ich bin Emily von den Dockspotters und ich sitze hier heute mit Jutta Krug, einer Redakteurin vom WDR. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Das ist ja für Sie heute so mehr eine Dienstreise auf der Dockwoche als privat. Und wie fanden Sie so trotzdem die letzten Tage? Ja, hier das Dokumentarfilmfestival in Leipzig ist für mich immer ein Höhepunkt im ganzen Arbeitsjahr. Hier trifft sich die Branche, hier kriege ich ganz, ganz viele Projektvorschläge für neue Filme. Hier tauscht man sich aus, man kriegt einen Überblick über die letzten Produktionen. Alles super interessant, also es ist fast für mich wie so ein Familientreffen, weil sich alle aus der Branche dann hier einmal im Jahr wiedersehen. Okay, und was genau machen Sie da beim WDR? Im WDR bin ich als Dokumentarfilmredakteurin zuständig für diese Koproduktionen, TV-Kino-Koproduktionen. Das heißt, das sind Filme, die wir als Sender nicht voll finanzieren können, weil es auch immer sehr hohe Budgets sind. Die werden dann aus verschiedenen Quellen finanziert. Die bekommen Kinoförderung von Filmfördereinrichtungen, haben vielleicht auch noch andere Sender im Ausland als Partner und eben WDR-Gelder. In der Regel sind es die Produzenten, die uns diese Projekte vorschlagen. Wir wählen die aus, betreuen, begleiten sie, geben unseren redaktionellen Input. Und dann können wir nur hoffen, dass sie ein, zwei Jahre später hier ausgewählt werden für Dok Leipzig. Und welche spannenden Projekte haben Sie so in den letzten Tagen schon entdeckt, wovon Sie vielleicht sagen würden, ja, das könnte was werden? Das ist jetzt noch nicht so ganz spruchreif. Da muss ich nochmal alles Revue passieren lassen. Ich war auch bei dem Koproduktionstag. Da habe ich, glaube ich, ungefähr 20 neue Projekte kennengelernt. Das ist so ein Pitching-Event, nennt man das. Das heißt, dass man im Takt von 20, 30 Minuten Produzenten und Filmemacher kennenlernt. Und da kriegt man natürlich auch viele Unterlagen. Es ist jetzt mein Job für die nächsten Wochen, das alles nochmal auszuwerten, nochmal genau zu lesen. Und gab es auch einen sehr skurrilen Film oder etwas, wo Sie sagen würden, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass ich das hier sehe? Also ich war total begeistert von einem Eröffnungsfilm. Betrug, der spielt in Schwabing, München-Schwabing. Ich habe selbst auch dort mal gelebt als Studentin. Ich kenne das Milieu sehr gut. Das war ein Dokumentarfilm, der uns allen den Spiegel vorgehalten hat, der gleichzeitig voller Humor war. Man konnte lachen, aber gleichzeitig auch sehr viele Erkenntnisse über unsere Gesellschaft gewinnen. Für mich eine wirklich tolle Entscheidung. Und wenn Sie sich für einen Film interessieren, wie arbeiten Sie dann so zusammen? Oder was passiert danach so direkt? Also, wenn ich mich für ein Projekt interessiere, ich sehe mich ja als Hebamme. Ich möchte quasi die Projekte mit unserem finanziellen Anteil auch auf den Weg bringen, in Form von Co-Produktion. Sobald wir uns für ein Projekt entschieden haben, bleibe ich im Gespräch mit dem Filmemacher, mit dem Produzenten über die Inhalte, über die Finanzierungsstrategien. Der Job des Produzenten ist es dann, weitere Gelder zu akquirieren, Förderanträge zu stellen. Und sobald er die Finanzierung geschlossen hat, das heißt, er hat dann genug Geld, in der Regel kostet so ein Film zwischen 200.000 und 300.000 Euro, dann kommt er zu mir und wir machen einen Vertrag, also einen Co-Produktionsvertrag. Und dann versuche ich, den Film quasi in allen Etappen zu begleiten und zu beraten. Am ehesten ist mein Job zu vergleichen mit dem einer Lektorin in einem Verlagshaus. Ich bin quasi erste Ansprechpartnerin für den Filmemacher und den Produzenten, um Feedback zu geben. Beim Dokumentarfilm ist es ja anders als beim Spielfilm. Die Dinge, die man sich vornimmt, die funktionieren nicht immer und man muss einen Plan B entwickeln. Also manche Protagonisten, die man sich gewünscht hätte, die springen wieder ab. Ob bestimmte Entwicklungen, auf die man gesetzt hat, verändern sich und laufen nicht wie geplant. Dann muss man sehr flexibel reagieren, vielleicht nochmal das Konzept anpassen, andere Erzählstrategien wählen und das findet dann in Absprache und in Beratung durch mich statt. Woran merken Sie überhaupt, dass ein Film vielleicht etwas werden könnte, was Sie fördern könnten? Also wie merkt man, ob der erfolgreich werden könnte oder nicht? Ja, ich bin nun schon seit 17 Jahren im WDR tätig, in der Doku-Abteilung und vorher war ich bei Arte viele Jahre. Es ist natürlich ein Stück weit Berufserfahrung, aber wir haben über die Jahre auch Bewertungskriterien entwickelt und Kriterien für die Projektauswahl, Sendeplatzprofil. Dazu gehört, dass wir natürlich die Projekte auf ihre Relevanz hin anschauen. Wir gucken Originalität und Handschrift, filmische Handschrift. Dann schauen wir uns das Team natürlich genau an. Schaffen die das, was sie sich da vorgenommen haben? Traut man das denen zu? Schaut vorherige Filme an, um zu gucken, wie geht das Team, wie geht der Filmemacher, die Filmemacherin mit den Inhalten um? Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die dann zu einer positiven oder eben auch negativen Entscheidung führen, ob man sich an einem Projekt beteiligt oder nicht. Und im Dokumentarfilm sieht man ja auch, wie sich der Dokumentarfilm so jetzt verändert. Und was glauben Sie, wie das wohl weitergehen wird? Also ob dann viel mehr Virtual Reality dazu kommt oder ob das vielleicht doch im Kino bleiben wird, der Film? Was denken Sie da? Ich glaube, dass es nicht eine Verdrängung gibt, sondern dass vieles nebeneinander existieren kann. Das Kinoerlebnis ist ziemlich einzigartig, wenn dann ein Raum mit 800 Leuten voll ist und man gemeinsam auf den Film reagiert. Also diese Live-Atmosphäre ist schon toll und durch nichts zu ersetzen. Und alles, was VR ist, 360 Grad, also das sind Spiel- und Experimentierfelder, die auf jeden Fall auch dazu gehören. Danke schön auch nochmal für das Interview.